Das ist die Susi, sie ist 12 Jahre alt, sie war jetzt 10 Jahre lang im Tierheim, dort hat sie viel Pech gehabt, sie hat leider keinen Platz gekriegt, weil es nicht Leinenführig war. Seit einer Woche sitzt sie bei der Frischande jetzt da und seit zwei Tagen, sie im Salabim, geht es an der Leine. Jetzt suchen wir für sie ein schönes Platz, am liebsten mit Haus und einem ausbruchsicheren Garten. Am besten keine Kleinkinder und zu einer netten Dame vielleicht. Komm, Susi, komm! Oh, so, so, so. Komm, komm, komm Okay.